Ihr könnt entscheiden, wer macht den schönsten Crepe. Weihnachtsmarkt-Tour-Edition und heutiger Stopp ist bei Marius und Rewi in der Halle. Also stimmt gerne in den Kommentaren ab. Das ist meine natürlich mit Dino-Streusel. Nummer 2 ist Jimmy, der hat sich mega viel Mühe gegeben. Dann kam Marius mit irgendeinem komischen Fisch. Und naja, John war auch okay. Dann kommen wir hier zu Julio, was ist das? Und Obst, was ist das? Und Simon, naja, wir müssen gar nicht drüber reden.